Oha! Ach du dicker Vater! Das Hochboot hat bereits abgelegt. Was mach ich denn jetzt? Willst du meinen Vorschlag hören? Mech Chronicle! Was machst du denn da immer noch in den Schächten? Mich nicht einmischen. Du bist so langweilig, Mech. Wir sind hier im Paradies und du steckst deinen Kopf in den Sand. Okay. Das war jetzt die Geburt. Aber sie kommt ja zurück. Und so lange habe ich zwei Worte, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Fun-Zone! Bist du irre? Du müsstest auf Deponia sein und die Welt retten. Wozu Deponia? Der ganze Sinn und Zweck meiner Enquäten lag doch darin, nach Elysium zu kommen. Um Deponia zu retten, muss ich nichts weiter tun, als beim Ältestenrat vorzusprechen. Zieh es ein. Dies ist eine Abkürzung zu meinem wohlverdienten Happy End. Und ich brauche mich dafür nicht einmal in den Tod zu stürzen. Aber... Barbara, Barbara. Wenn du mich suchst, ich bin in der Fun-Zone. Nein. Das ist nicht. Willkommen in der Fun-Zone. Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis. Wähle eine von vielen Attraktionen aus. Und vor allen Dingen... Ich habe Spaß! 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 Cool. Bällebad. Golf. Autorennen. Sit. Die distinction. Super mehr an. Ge seid auf! Und Hand. Was μου zufrieden kann sie lieber eine starke mit? Auf eine einfache. Das ist uns ein. franchise ist sich nicht Ja, wie geil. Okay, ähm, ja, wie jetzt? Gut. Buch? Ähm. Mhm. Ja, ja, nee, klar. Achso. Das ist Gas geben, ja. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Was sitzt du denn da rum? Das sollten wir unbedingt wiederholen. Du, ich glaub da hinten will einer was von dir. Hm? Wo? Hahaha, das ist nur mit Chronicle. Hofus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen, wenn wir nicht... Hä? Warum regt er sich so auf? Keine Ahnung. Ich verstehe nur... Zum Glück bin ich ein Experte im Schlabberlippenlesen. Ich fürchte, es gibt ein Zeitreset, der... Ich glaube, es heißt Zeit für Spekt. Es gibt ein Zeitreset und der steht kurz bevor... Es bläht der Korb. Also, für mich klang das eher wie... Zeitreset steht kurz bevor... Ja, aber das würde ja keinen Sinn ergeben. Es sei denn natürlich... Scheidenkleister, ich habe sie schon wieder verpasst. Hey, wer ist da? Zimmerservice. Die Dienstbots haben Roboku-Dings da. Na, wenn das so ist. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Okidoki. Ja, nur aber fix. Wieso gibt es denn jetzt ein Zeitreset? Das ist doch total hirnverbrannt. Ach, ich sollte mal mit McCronicle ein Hühnchen rupfen. Nur aber fix. Hier, da, fix hin, da. Hopp, hopp. Aha. Goal? Ja? Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Hätte ich vielleicht zuerst die Maske aufziehen sollen? Ich glaube nicht, dass das so gut gewesen wäre, oder? So, warte mal hier. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Nein. Na, ist los. Ja, das kennen wir ja alles schon. Und wieder verpasst. So wird das wohl nichts. Ich sag ja, es wird zu nichts Gutem, sich in den Lauf der Dinge einzumischen. Soll ich etwa auch Feige durch den Luftschach poltern? Wahnsinnig produktiv. Besonders jetzt, wo die Zeit resetet wurde. Ich weiß. Irgendjemand müsste Kobel am Kronokar benutzt haben. Und jetzt muss er noch einmal Grill Donnerstag feiern. Das wird ihm eine Lehre sein. Geschieht ihm recht. Ich fürchte nicht. Wenn er keinen Aluhund aufhatte, wird er es heute Abend wieder genauso tun. Und dann wieder. Und wieder. Und wir stecken hier fest und können nichts dagegen tun. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Du meinst, dieser Tag wird sich ewig wiederholen? Hm. Wo kann ich mir Schlimmeres vorstellen? Bitte was? Das war kein so übler Tag. Ich hatte Spaß. Schade so, dass Goal nicht da ist. Vielleicht kriege ich sie ja in der nächsten Schlaufe überredet. Dann würde ich aufhören, sie zu überreden. Und dann wären wir glücklich für alle Zeiten auf Elysium. Aber so geht das doch nicht. Die Zeit würde niemals voranschreiten. Ich hab's schon verstanden. Du kannst dir deinen Werbeblock sparen. Aber, ach, was hab ich nur angerichtet? Ja, aber da hast du nur angerichtet, ne? Irgendwo auf Elysium läuft nun ein Pestspeichelwaran pudelnackig durch die Gegend. Nudisten im Paradies. Da ganz was Neues. So nah ist das nicht. An mir ist ein großer Perkussionist verloren gegangen. Leider brauchte Tonys Mutter das Becken anderweitig. Wer lässt sich auch Prothesen nach Hause liefern? Will er wirklich für alle Ewigkeiten in diesem Schacht stecken bleiben? Ja, glaub's mir. Das will er wirklich. Du, Mac? Ja? Ja? Nur um sicher zu gehen, dass ich diese Zeitreise-Sache richtig verstehe. In welcher Zeit sind wir hier noch gleich gelandet? Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass wir Donnerstagmorgen haben. Grill-Donnerstag? Ganz genau. Unsere Reise hat insgesamt etwa minus zwölf Stunden gedauert. Mhm. Heute Abend werde ich in Kuwak ankommen. Im Südquadranten geht gerade die Sonne auf. Ich liege also bereits im Ballon und schlafe tief und fest. Und ich steige in Porta Rustica ins Kronokar. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Ich weiß. Wenn man so fantasielos ist wie du vielleicht. Sag mal. Heißt das, wir existieren jetzt doppelt? Ja. Bis wir heute Abend das Teilpod klauen. Klauen ist ein so hartes Wort. Wie wäre es mit für eine Probefahrt ausleihen? Ach. Ausgedehnte Probefahrt. Genau. Und dann wurde es uns geklaut. Ja, so ist es doch. Faszinierend, wie du die Geschichte je nach Bedarf änderst. Geschichte wird nun mal von innen geschrieben. Das stimmt auch, ja. Wieso denkst du, dass sich unsere Vergangenheits-Ichs wieder genauso verhalten werden? Weil sie es ja schon mal getan haben. Weil wir nicht nach dort unten gesettet wurden, sondern hier hin. Heute Abend. In der vergangenen Zeitschlaufe hat nur ein McCronicle existiert. Der auf Elysium. Der andere hatte ja das Teilpod geklaut. Und da dessen Erinnerungen jetzt in meinem Kopf sind, ist wohl davon auszugehen, dass der da unten leer ausgeht. So viel zu ganz einfach. Wie kommen nur diese neuen Zeitresets zustande? Das wüsste ich auch gern. Irgendwer benutzt offenbar die Kurbel am Chronocar. Leider haben wir hier oben keine Möglichkeit, es zu verhindern. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Wenn du das sagst, klingt das so negativ. Eigentlich kann ich mir das auch selbst zusammenreimen. Tu das. Es macht ja eh keinen Unterschied. Können wir eventuell Goal erklären, dass sie was zu verhindern hat? Aber das wäre ja auch der übelste Schock für sie eigentlich. Das macht ja an sich keinen Sinn. Du, Mac? Ja. Kannst du Goal bitte beim nächsten Mal aufhalten? Ohne sie könnte das hier auf Dauer ganz schön öde werden. Unmöglich. Als sie hier vorbeikam, steckte ich noch in der Röhre fest. Außerdem halte ich deinen Plan für ziemlich. Ich will zu. Ach, du findest mich egoistisch. Wie oft hast du denn die Welt gerettet? Oder dich für andere in den Tod gestürzt? Hm? Hm. Noch hast du das alles nicht getan. Das sehe ich anders. Ich finde, ich habe mir zur Abwechslung mal einen und wenn sie nicht gestorben sind, verdient. Rufus, das wird nichts mehr. Du hättest es dir verdient. Ich glaube, da würden dir einige zustimmen. Aber es ist deadlick. Das wird nicht passieren. Willst du nicht langsam mal da rauskommen? Nein, das hier ist nicht unsere Zeit. Wir sollten nichts anfassen. So ein Blödsinn. Wer nichts anfasst, hinterlässt auch keine Spuren. Das gilt für die Zeit genauso wie für Wenzels Pudding. Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Ich bin ratlos. Das Hochboot ist fort. Und damit die einzige Möglichkeit, rechtzeitig nach Deponia zu kommen. Hattel ich eh nicht vor. Aber Rufus, du musst. Oder meinst du etwa, du kommst in dieser Zeitlinie ohne Planet unter den Füßen aus? Pah, Deponia-Reffen kann ich auch von dir aus. Ich brauche nur zum Ältestenrat und... Ha! Geistesblitz! Wenn ich dem Ältestenrat beweise, dass Deponia bewohnt ist, dann ist die Inspektion unnötig. Sie werden das Hochboot zurückrufen. Hehehehe. Hotz-Poldi! Dann kämen wir doch noch rechtzeitig nach Deponia, um den Zeitreset zu verhindern. Oder ich bleibe einfach zusammen mit Goal of Elysium. Schluss, Fanfare, Vorhang zu, Happy Ending, Standing Ovations. Und am nächsten Tag geht derselbe Vorhang wieder auf. Und dann wieder. Und wieder. That's Entertainment. Ja gut, ähm, dann doch einfach tschüss. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig... Ähm... Fun-Zone? Oh ja, das klingt nach Fun! Dann ist es entschieden! Auf, auf, zur Fun-Zone! Das ist bestimmt absolut die richtige Entscheidung. Willkommen in der Fun! Sammle 10.000 Spaßpunkte! Wähle ein und vor... Das ist ein Fabergé-Ei, oder? Was ist ein Fabergé-Ei-I-I-II? Kann ich dir Watten! Hey, das ist so viel zu tun! Warum? Ich kotze das mal ab, mit dem zurück. Oh. Oh. Pferdchen? So, ähm, okay, dann hier, Bällebad. Ach du, Kassel, was? Au, 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 au. Au, Mist. Ah, jawoll, wie willst du? Birne dran gemacht, äh, hier, Dings dran. Äh, aua, na, das ist doch unfair. Schnabeltier. Oh, oh. Kann ich das auch hier mit der Dings steuern? Nee. Ah, Mist. Schön. So, und beim Autorennen ist es dann wieder vorbei, ne? Schätze ich jetzt mal so. Ich finde, du übertreibst das etwas. Man kann den Pfann nicht forcieren, Alter. Mal, wie viel Punkten bin ich, ne? Wie viel Punkter? Wie viel Punkter? Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Hofus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen. Wenn wir nicht... Einfach implorieren. Und nach mir? Hm. Nicht genug. Warum gibst du nicht einfach auf und genieß den Tag? Weil ich das schon gemacht hab. Ich muss... 10.000 Punkte... Bevor... ... ... ... ... ... ... Scheidengleich. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. Hey, es ist... ... ... ... Aha! Goal? Ja? Wer... Oh nein. Dad, spielst du wieder Kontrollrad? Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wem? Ich weiß, dass du vor hast, Klytis nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hier bleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil ich es vermiete. Ach, ist das so? Kleine Neuigkeit. Ich bin keiner von deinen Organon-Soldaten. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil du Hausarrest hast. Hausarrest? Ich bin keine 14 mehr. Außerdem. Die Verlobung mit Klytis war doch deine Idee. Sollte ich nicht ein wenig Zeit mit meinem zukünftigen Ehemann verbringen? Äh... Das lohnt sich nicht. Die Verlobung ist abgesagt. Das hier ist keines von deinen Sprengmanövern. Es geht um meine Zukunft. Und wenn ich möchte, dass die im Müll beginnt, dann kannst du da herzlich wenig gegen unternehmen. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ohne dich alles doof ist. Hast du schon wieder getrunken, Dad? Was? Nein! Ich... In diesem Zustand werde ich bestimmt nicht mit dir diskutieren. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Hey! Was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann, pass mal auf! Ha! Ich wusste, dass du blöffst. Mach's gut, Dad! Verdammt! Das sah eigentlich vielversprechend aus. Mit den richtigen Notfallcodes könnte ich sie bestimmt überzeugen. Hm. 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 Okay, wo kriegen wir jetzt diese Notfallcodes her? Das müssen wir doch mal angucken, ne? Aber ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge. Ist nämlich schon lang. Ich glaube, ich schneide die dann mal in zwei. Unterschiedliche. Ich glaube, das ist besser so. Hm. Aber ist das richtig? Also eigentlich ist es doch vollkommen falsch, oder? Da können wir uns doch alle drauf einigen. Dass sie jetzt gezwungen wird, unter irgendwelchen, ja, Bedingungen, Maßnahmen, Argumenten, keine Ahnung, hier zu bleiben und nicht wegzugehen. Ihren eigenen Willen unterdrücken. Kann ja eigentlich nicht richtig sein. Mal sehen. Wie gesagt. Das werden wir in der nächsten Folge dann mitkriegen. Vielen Dank fürs Zusehen. Serio.